Ich bin auch noch gebeten worden, ein paar Best-Practice-Beispiele mitzubringen, die mir so über den Weg gehoppelt sind. Und das mache ich gerne, wo es darum geht, Kinder und eben vor allem auch Mädchen für Naturwissenschaften und Technik zu interessieren. Und ein Projekt, was mir sehr am Herzen liegt und was ich seit Beginn verfolge, das nennt sich Haus der kleinen Forscher. Hat das jemand schon mal gehört, Haus der kleinen Forscher? Ja, Frau Hummer, genau. Das ist schon etwas, ja mittlerweile schon fast neun Jahre alt, 2006 gegründet worden, hat sich auf den Kita-Bereich spezialisiert gehabt am Anfang. Also da ging es um die naturwissenschaftlich-technische Bildung, wer zu viel gesagt, einfach Kinder in der Kita mit Experimenten mit Technik und Naturwissenschaften ein bisschen bekannt zu machen, noch ein bisschen vertraut zu machen. Das heißt, wenn sie im Sachenunterricht später was mit Physik oder Chemie oder Bio haben, dass sie da keine Angst mehr haben. Das wurde getragen von fünf, von vier Stiftungen und wird immer noch gefördert vom Bundesministerium für Bildung und Forschung, also von ganz oben. Und seit vier Jahren gibt es auch für die Grundschule, auch recht erfolgreich, über 20.000 Grundschulen sind schon dabei, damit man den Übergang vom Kindergarten zur Grundschule, damit er nahtlos funktioniert. Hat man jetzt also sozusagen noch ein zweites Bein hochgezogen, jetzt steht es auf zwei Beinen, die Stiftung, um nämlich dann auch gleich fortgesetzt dann in der Grundschule das, ja, das vorzupflegen. Ja, und die Stiftung sagt eben, ist es nicht nur sozusagen eine Pflicht, dass man sich heute mit sowas beschäftigt, ist es auch ein Recht, ja. Jeder hat das Recht, der Teilhabe auch eben an naturwissenschaftlichen, an sogenannten MINT-Fächern, also allem, was mit Mathematik, Informatik, Naturwissenschaft und Technik zu tun hat. Und die fangen sogar bei null Jahren an. So, das lassen wir mal hier. Und dann werden die Erfahrungen auch im Ausland mittlerweile verbreitet und recht erfolgreich. Es wird angefangen mit Thailand, da ist sogar das Königshaus mit dabei. Inzwischen gibt es das Haus der kleinen Forscher, auch in Brasilien und Mexiko. Und weitere Länder sind angedacht, darunter auch Österreich, ja. Und vielleicht werden Sie eines Tages auch vom Haus der kleinen Forscher hören als Angebot. Und dann kann ich Ihnen das nur sehr ans Herz legen. Wir haben es uns empfehlen. Es ist wirklich eine wunderbare Sache. Wie funktioniert das Train the Trainer? Also mit möglichst wenig Einsatz von Leuten. Angefangen hat die Stiftung mit vier Menschen. Inzwischen sind es weit über 150. Es gibt eine Zentrale in Berlin. Dann Netzwerke bis weiter herunter auf die lokale Ebene. Unterstützt wird es eben von ganz oben, von der Bundesbildungsministerin Dr. Johanna Wanka, die gemeinsam mit Kindern forscht. Und auch von ganz unten, nämlich von Unternehmen vor Ort, die sich da einbringen mit Sachspenden und mit Geldmitteln und auch mit Bildungspaten, die dann den Erzieherinnen und Erziehern auch zur Frage und Antwort stehen. Denn eins muss man sagen, wenn es um Mathematik und Naturwissenschaft geht, sind halt Erzieherinnen jetzt nicht sozusagen, man ist ja nicht Erzieherin oder Erzieher geworden, damit man mit Naturwissenschaft zu tun hat, sondern eigentlich eher nicht. Also man muss ein paar Behobungsängste abbauen. Es gibt regelmäßige Trainings für Erzieherinnen und Erzieher, natürlich dann auch für den Grundschulbereich, für den Lehrer. Die Einrichtungen werden zertifiziert. Uns gibt auch jedes Jahr ein Motto. Astronomie war immer ein Motto. Vergangenes Jahr war es Kommunikation. Da sucht man ein paar spezielle Experimente raus, macht Aktionstage dazu. Es gibt auch jedes Jahr einen Tag der kleinen Forscher. Genau. Und ja, also halten Sie mal die Ohren offen, wenn das nach Österreich kommt. Das dürfte nicht mehr allzu lange dauern. Dann ist das eine lohnenswerte Sache. Und Sie sind ja genau Zielpublikum. Was anderes, was auch sehr schön ist, was im Low-Cost-Bereich angesiedelt ist, das nennt sich Mini-Phänomenta. Das kommt ganz aus dem Norden, aus Flensburg. Und das richtet sich speziell an die Grundschule. Und das ist ein Konzept, das recht kompakt ist. Da gibt es ein Buch dazu mit CD-ROM. Und auf der CD-ROM sind 50 Experimentierstationen mit ganz exakten Bauplänen. Also wirklich, dass man das sofort nachbauen kann. Denn gefragt sind die Schulen. Die sollen das nämlich nachbauen. Zumindest einen Ausschnitt daraus, einen Teil. Und das verbleibt dann dauerhaft in den Schulflogen, um den Kindern die Pausen ein bisschen zu versüßen, ein bisschen Spannung zu machen auf Naturwissenschaften und Technik. Denn da kann man dann während der Pausen nach Lust und Laune experimentieren. Einfach mal gucken unter mini-phänomenta.de. Ja, klar, wir leben in einer Welt, die durch Naturwissenschaft und Technik wird sie immer stärker geprägt. Und deswegen muss man sich damit befassen, auch um drängende Probleme wie Klimawandel in den Griff zu bekommen. Also, und da braucht man eben auch gerade, das wurde ja vorhin auch schon gesagt, die Mädchen. Denn man kann nicht auf eine Hälfte der Gesellschaft verzichten in diesen Bereichen. Deswegen müssen Mädchen da auch viel, viel stärker als bisher sich einbringender eingebracht werden. Das Prinzip ist, es gibt zu den einzelnen Experimenten keine Erklärungen. Die stehen für sich. Die Kinder sollen da selber drauf kommen, sich selber damit beschäftigen. Die Lehrer besuchen eine Fortbildung, zwei Tage in Flensburg. Ansonsten sind sie sozusagen außen vor. Den Rest machen die Eltern und die Schüler zusammen. Das sind schöne Gemeinschaftserfahrungen. Man bastelt nämlich Experimentierstationen für die Schule. Und das schweißt so stark zusammen wie nichts anderes. Wissen Sie auch, wenn man zusammen was arbeitet, er arbeitet, dann kommt man so gut miteinander in Kontakt wie sonst eigentlich kaum. Das ist eine wunderbare Sache. Und was an Experimentierstationen rauskommt, ist zum Beispiel oben so ein kleines Kino. Das ist so ein Rad mit kleinen Lücken. Und auf der anderen Seite sind Bilder. Und dann sieht man eben einen bewegten Film, einen kleinen Trickfilm. Hier ist ein großes Weinglas, das man zum Singen bringen kann, zum Schwingen. Hier, das kennen Sie vielleicht auch, ein kathesischer Taucher, eine große Flasche mit einem Gummistopfen. Innen drin ist ein kleiner Flaschenteufel. Wenn man oben drauf drückt, dann sinkt er nach unten. Wenn man loslässt, steigt er wieder nach oben. Hier kann man mit Kompassnadeln experimentieren und sich mit Magnet befassen. Hier, das kennen Sie wahrscheinlich auch, drei verschiedene Kugelbahnen. Eine ist ein bisschen nach oben gewölbt, eine ist ein bisschen nach unten gewölbt, eine nur ganz gerade. Wo kommt die Kugel am schnellsten runter? Auf der nach unten gewölbten. Und hier, das ist auch sehr schön, einfach ein Gartenschlauch, wo Kinder sich unterhalten können, miteinander kommunizieren. Das ist das Prinzip Stethoskop. Also ganz einfache Station, sehr robust und schnell gemacht. Und je mehr Kinder man eben für Naturwissenschaft und Technik begeistert, desto mehr Mädchen hat man natürlich auch dabei. Ein drittes Projekt, was mir sehr am Herzen liegt, nennt sich MINTU. Nämlich Mädchen in die TU Dortmund. Das ist ein Projekt, das es bis jetzt nur so in Dortmund gibt. Zumindest kenne ich das nur aus Dortmund. Und da geht es eben darum, dass man ein Mentoring hat für die MINT-Fächer. Also für Mathematik, Informatik, Naturwissenschaften und Technik. Und was heißt Mentoring? Das heißt, die Mädchen, die da mitmachen, von 12 bis 14 Jahren, die bekommen eine Studentin zur Seite gestellt. Und zwar nicht irgendeine Studentin, eine Studentin, die ein MINT-Fach studiert. Die ist ein gutes Beispiel, die das macht, was mehrere Mädchen, mehr junge Frauen machen sollen. Die nämlich ein MINT-Fach studiert. Und das gibt auch nochmal eine ganz andere Bindung, hat eine ganz tolle Vorbildfunktion. Und ja, das ist jedes Jahr für 40 Schülerinnen. Das ist nicht allzu viel. Ja, das ist klein, aber fein. Und das ist ein Projekt, was man, also 14 Jahre ist ja unserer Erfahrung nach schon die obere Grenze. Man könnte damit auch ruhig noch weiter runtergehen, auch schon in dritte, vierte Klasse Grundschule, dass Kinder möglichst früh mit technischen Fächern in Berührung kommen, auch so Berührungsängste vor der Universität abbauen. Das wäre eigentlich wirklich wünschenswert. Und jede Mentorin, jede Studentin, also hat vier bis sechs Schülerinnen, die haben dann ein ziemlich enges Verhältnis, teilweise sogar Freundschaftsverhältnis. Und wozu das Ganze? Es gibt natürlich viel zu wenig Studentinnen in Deutschland, wie hier auch. Und ja, so kann man auch ein bisschen Vorurteile abbauen und daran arbeiten. Ja, fehlende Rollenvorbilder, ein ganz großes Problem. Und ab dem 13. Lebensjahr ist dann oft sowieso Sense. Also, wenn man Mädchen bis dahin nicht begeistert hat, ist es sehr, sehr schwer, in den älteren Lebensjahren dann noch Interesse zu wecken. Was sind die Ziele? Natürlich Berufsorientierung, Mädchen in diese Fächer zu bekommen. Auch da gilt, man will die Mädchen nicht umprogrammieren, aber man will ihnen die gesamte Bandbreite zeigen. Man will ihnen alles zeigen, was möglich ist an Studieren. Es sind eben wirklich nicht nur Anglistik und Germanistik. Nein, da sind noch die ganzen Fächer wie Biochemiewesen, wie Chemieingenieurwesen, wie Maschinenbau, Bauingenieurwesen, Elektrotechnik. Und es gibt so eine große Bandbreite und es wäre einfach schade, wenn man sich entscheidet und nicht alles erwägt, nicht alles weiß. Genau. Und wenn dann der Frauenanteil in den MINT-Fächern höher wäre und dann vielleicht auch mal eine Professorin da wäre, dann wäre das einfach wunderbar. Meine Tochter macht das jetzt auch mit, die ist dieses Jahr auch dabei, die freut sich ganz itzelig. Die treffen sich alle zwei Monate mit ihrer Mentorin, bekommen einen Tag schulfrei und dann machen die Workshops und lernen eben auch Gleichgesinnte kennen. Die backen auch einfach nur mal Kekse mit ihrer Mentorin, treffen sich bei der im Studentenwohnheim oder zu Hause, bekommen Abschlusszertifikat, Visieren nachher auch, wie ich schon gesehen habe und haben vor allen Dingen ganz viel Spaß, denn die naturwissenschaftlich-technischen Fächer, die können durchaus Spaß machen. Das muss nicht wehtun. Und das sind die Fächer, die eben da angeboten werden. Mathe, Physik, Informatik, Statistik, Bio- und Chemieingenieurwesen, Maschinenbau, Elektrotechnik, Informationstechnik, Architektur und Bauingenieurwesen. Das sind also Fächer, die man, ja, wo der Mädchen der Frauenanteil relativ gering ist. Gut. Die Adresse war, glaube ich, am Anfang. Ja, genau. Was machen die in ihren Workshops? Ganz interessant. Die machen Pfefferminzpastillen. Ja, das ist auch was für alle Sinne. Kann man im Mund stecken. Man wirft Traumhäuser, auch sehr schön. Und man baut ein Karussell. Ganz toll. Das ist wirklich was für, ja, für alle Sinne. Auf.